Also ich bin Sascha Kuhnd aus Bonn. Ich bin 20 Jahre alt und bin Basketballer in Stade. Ich bin nach Stade gezogen, weil mir die Leute und die Stadt hier sehr gefallen. Und ich mag es sehr mit den Leuten hier zusammen zu spielen. Und die Stadt hat generell hier etwas sehr Freundschaftliches, da hier sich viele Leute auch kennen. Und es macht sehr Spaß für die Leute hier zu trainieren und zu spielen. Und das ist der Grund, warum ich hierher gezogen bin oder mich für Stade entschieden habe. Im Halbfeldangriff Sascha Kuhnd aus der Corner. Ich benutze Informatik in meiner Freizeit, wenn ich quasi Webseiten programmiere oder Apps entwickle. Das möchte ich auf jeden Fall in einem Jahr ungefähr können. Und ich möchte quasi meine persönliche Website, ich habe außerhalb noch eine Website und eine Klamottenmarke gegründet. Und da möchte ich Informatik unter anderem auch noch nutzen. Die hat ihren Sitz in Bonn und ich denke, dass ein Informatikstudium in diesem Fall auch sehr hilfreich für mich sein könnte. Und ja, außerdem interessiert es mich einfach, wie diese Sprachen funktionieren und wie man aus so einer mathematischen Sprache etwas für uns Grafisches herstellen kann, was uns im Alltag nutzen könnte. Und ich möchte mich einfach, wie das ist, wenn ich mich so etwas über die Weltbewerbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe